Und nun noch eine aktuelle Meldung vom Sport. Der neue sportliche Leiter des SSV Reutlingen ist Maurizio Gaudino. Gaudino hatte während seiner aktiven Zeit unter anderem für Waldhof Mannheim, Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart gespielt. 1992 wurde er mit Stuttgart Deutscher Meister. Zeitweise spielte er auch für die Nationalelf. Als Trainer war Gaudino bislang für Waldhof Mannheim und Großaspach tätig.